Ich kann gar nicht ausdrücken, wie glücklich ich darüber bin, im Garten meiner Großmutter Fußball spielen zu dürfen, sagte Prinz William ganz artig und schnürte die nagelneuen roten Fußballschuhe vor dem Buckingham Palace. 31 Jahre alt, offensichtlich Rechtsfuß, in Personalunion britischer Tonfolger und Präsident des englischen Fußballverbandes F.A. Er wandelt auf standesgemäßen Grün auf den Spuren von Rooney, Lampert und Co. Zur Feier des 150. Geburtstages des ältesten Fußballverbandes der Welt, der F.A., trat der Duke of Cambridge mit der palasteigenen Fußballmannschaft in Omas Garten gegen das Leder. Er wirkte ballsicherer, als man es vielleicht erwartet hätte. Berührungsängste mit Normalsterblichen, Fehlanzeige, wobei sich auch niemand traute, die Majestät königlich wegzugrätschen. Nach der lockeren Trainingseinheit wurde es wieder hochoffiziell. Der Buckingham Palace sei das Herz der Nation und es gäbe deshalb keinen besseren Ort, um britischen Nationalsport zu feiern. Es wurde nichts dem Zufall überlassen. Der Greenkeeper des Wembley-Stadions wurde eigens für dieses königliche Event verpflichtet und stutzte den Rasen auf exakte 26 Millimeter majestätischer englischer Rasen. Beim anschließenden Jubiläumsspiel zwischen den beiden ältesten Fußballteams Englands schaute der Prinz allerdings nur zu, ließ aber die Mannschaften wissen, wenn etwas kaputt geht, dann müsst ihr das mit meiner Großmutter klären.